Ja, also, Fakt ist ja, und das weißt du, die Menschheit stammt von Außerirdischen ab. Ach so? Wusste ich nicht. Ah. Was hast du denn gedacht? Ja, dann erklär mir doch mal bitte, wie innerhalb von ein paar tausend Jahren aus einem Halbaffen auf einmal plötzlich ein Homo sapiens wird. Naja, das... Nein, Stefan, nein.